Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 280. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmystress Alexa. Hey ho ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge und ich bin auch diesmal sehr froh, dass der wunderbare Alexander Hoaxmaster an meiner Seite ist. Und so im Vorgespräch haben wir gerade festgestellt, ich habe nichts anzukündigen. Okay, das war's dann. Tschüss bis zum nächsten Mal. Nein, da haben wir überlegt, was gibt es denn noch zu sagen? Wir haben ja die letzte Folge quasi den Rahmen gestern aufgenommen, jetzt kommt schon die nächste Folge. Wir können euch nur viel Vergnügen wünschen und vielleicht fällt mir noch bis zum Ende der Folge etwas ein, was ich euch erzählen möchte. Und ansonsten hören wir uns einfach gemeinsam Alexas neue Story an. Ja, die heutige Story dreht sich erstens um TikTok, zweitens um verrückte Tiere, mit denen habe ich es irgendwie im Moment seit dem Pink Fairy Amadellos. Das lässt mich irgendwie nicht los, das Thema. Ich treibe mich ja nicht oft auf TikTok rum, aber wenn, dann stolper ich da manchmal über sehr abgefahrene Dinge. Und ich habe gesehen, dass da es den Hashtag Demon Fish gibt, wo ein Fisch dargestellt ist, gefilmt wird, der Zähne hat, die wirklich gruselig aussehen. Die sehen nämlich aus wie menschliche Zähne, so ein bisschen gelblich, aber ansonsten wie so ein menschliches Gebiss. Und die Frage ist jetzt schlicht und ergreifend, gibt es einen Fisch, der Menschenzähne hat und der dann vielleicht auch mit diesen Menschenzähnen Menschen beißt, man weiß es nicht. Ich finde, du übertreibst es jetzt ein bisschen, aber gut, überleg. Das ist die Generation TikTok, da muss man übertreiben, es geht nicht anders. Ihr werdet es noch erleben, was ich mein erstes TikTok mache, wir werden das hier groß ankündigen. Ich habe mich immerhin schon mal angemeldet. Ja, wir geben das dann per Fax raus, die Meldung, wenn wir ein TikTok-Video machen. Genau, eine Pressemitteilung per Fax, dass unser erstes TikTok-Video online ist. Das finde ich sehr gut. Vielleicht sollten wir auch den Videotext neu informieren. Ich mache jetzt noch einfach weiter. Thema der Woche Ja, man weiß immer gar nicht, wie das so bei euch ist. Kommt eine neue Folge raus und dann lest ihr die Ankündigung und überlegt, wie die Folge so sein wird. Oder hört ihr das einfach? Suchtet ihr das weg? Man weiß es nicht. Wer die Ankündigung gelesen hat, wird vernommen haben im Text, dass es hier um die Geschichte eines Mordes an einem Geist, der dann wiederum gar kein Geist ist, handelt. Und diese Geschichte klingt völlig verrückt. Und Alexa hat sie aufgetan bei ihren Recherchen. Und das ist eine äußerst spannende Geschichte. Ja, mir ist jetzt im Vorhinein nochmal aufgefallen, dass wir sie eventuell schon gestreift haben könnten, als wir die Folge über Spring-Heel Jack gemacht haben. Weil dieser Geist, dieser angebliche, den wir heute besprechen, so ein bisschen auch in die Tradition eines Spring-Heel Jacks oder dessen Vorläufer eingeordnet wird. Und insofern hoffe ich, dass wir damals, wenn wir ihn erwähnt haben, nicht zu viel verraten haben. Auf jeden Fall besprechen wir heute den Geist von Hammersmith, das Hammersmith-Ghost, das eine Erscheinung aus dem ganz frühen 19. Jahrhundert. Und wir begeben uns da in eine Zeit, in der das Örtchen Hammersmith zwar sehr in der Nähe von London gelegen ist, nur fünf Meilen vom Buckingham Palace entfernt. Aber auf der anderen Seite so an der Grenze zum ländlichen Raum damals, also um 1803, 1804, die Zeit, in der wir uns heute bewegen, ist dieses Örtchen sehr malerisch, von Feldern umgeben und hat nichts mit dem Stadtteil zu tun, wie man ihn vielleicht heute kennt. Sondern ist eben sehr, sehr ruhig, beschaulich und eher so ein Ort, wo Handwerker, einfache Menschen leben. Und das ist das Setting, in dem wir uns heute bewegen. Wenn es interessiert, ist es westlich vom Londoner Stadtkern gelegen, an der Themse, recht malerisch, kann man sich dann auch anschauen. Den Stadtteil gibt es eben, wie schon gesagt, jetzt in der Metropolregion London, damals ein Vorörtchen, also wirklich so ein, man muss sich das sehr, sehr rural, also sehr, sehr ländlich vorstellen, dieses Gebiet, in dem die Geschichte spielt. Und vielleicht zunächst mal zur Vorgeschichte des Geistes von Hamilton, der da aufgetaucht sein soll, kann man sagen, dass es sich im Grunde genommen, so wird es dann kolportiert, um den Geist eines Selbstmörders gehandelt haben soll, der aber trotzdem auf dem Friedhof bestattet worden ist. Und das ist natürlich in der damaligen Zeit aus verschiedenen Gründen schwierig gewesen. Also a, galt man als Selbstmörder ja nicht als jemand, der in gesegnete Erde beigesetzt werden darf, wenn man gegen eines der Gebote verstoßen hat. Man sollte sich ja natürlich nicht selber das Leben nehmen. Und es gab den Aberglauben, wenn denn dann ein Selbstmörder auf einem Gottesacker beigesetzt wird, dann wird die Seele keine Ruhe finden und herumspuken. In all den Quellen, die wir so gefunden haben, ist im Wikipedia-Artikel diese Herleitung, taucht sie auch. Ich glaube, sie kommt in einer anderen Quelle auch nochmal auf. Es ist aber auch im Grunde genommen wurscht. Ich finde nur diese Vorstellung, warum es überhaupt einen Geist gegeben haben könnte in der damaligen Zeit, hier mal eben nicht die Geschichte des Geistes im Jenseits, der noch was zu erledigen hat, sondern hier jemand, der Selbstmord begangen hat und deswegen nicht ruhen darf. Im Prinzip ist das Hammersmith-Ghost auch so von seiner Beschaffenheit und Erscheinung her sehr interessant. Wir werden nachher vielleicht noch auf die Details und die Motive, die da eine Rolle spielen und deren Geschichte eingehen. Vielleicht hier noch schon direkt der Hinweis, wir werden verschiedene Sichtungen beschreiben. Und von manchen dieser Augenzeugen, also die jetzt den Geist gesehen haben wollen, wird er beschrieben als eine Erscheinung, wirklich so typisch geistermäßig, die so in Leichentücher gehüllt zu sein scheint. Ab und zu wird sie aber auch mal als mit Fell- oder Lederfetzen behangen und Hörnern dargestellt. Das heißt also, es gab diese Möglichkeiten der Sichtung, das ist das, was die Menschen beschrieben haben. Erstaunlich ist alleine schon die Vorstellung, dass dieses Örtchen Hammersmith um 1803 im Dezember, also November, Dezember fing es so langsam an, ja regelrecht heimgesucht wurde von dieser Geistererscheinung, die wirklich penetrant und hartnäckig gewesen ist und von wahnsinnig vielen Menschen auch gesehen wurde. Und wie du schon sagst, sehr unterschiedlich beschrieben. Also jetzt könnte man natürlich immer auch versuchen, im Rahmen dieser Geschichte klären zu wollen, was war es denn, was sie wirklich gesehen haben, was haben denn diese Menschen gesehen? Es gibt ja hinterher noch jemanden, der sich als Geist dann geoutet hat, sage ich mal, aber das werden wir nachher noch behandeln. Es ist aber für die eigentliche Geschichte jetzt erstmal gar nicht relevant und was man sich natürlich jetzt vorstellen muss, so im November 1803, Dezember 1803, winterkalt an der Temse durchaus auch mal Nebel, gerade wenn es denn noch ländlich ist und noch nicht vollgebaut ist, dann steht natürlich abends auch mal der Nebel da und kann, je nach Mondlicht. Oder aber auch gerade, wenn der Mond mal nicht da ist, das habe ich jetzt vergessen nachzuschauen, ich will mal gucken, ob ich das rausfinden kann, wie der Mond war zu der Zeit, als die Ergänze dann stattgefunden haben. Aber auch das kann natürlich dann wiederum bei Menschen bestimmte Wahrnehmungen fördern. Und wenn wir das jetzt heute gehabt hätten in der Nähe von Roswell, dann wäre das sozusagen die Imagination der Leute Richtung Aliens gegangen. Hier in der damaligen Zeit, wenn man etwas Ungewöhnliches gesehen hat und sich das nicht erklären konnte, waren es natürlich Geister, eventuell Dämonen und die unterschiedliche Beschreibung, so wie du es gerade schon gesagt hast, von dem klassischen weißen, geisterhaften Erscheinen bis hin zu einem eher etwas Dämonenhaften mit Hörnern und Pelz und so, zeigt ja auch, dass die Welt, Sagenwelt, die Geisterwelt, die bei den Leuten so vorherrscht, ist recht unterschiedlich gewesen. Und man muss sich eben nochmal immer in Erinnerung rufen, wie es da so ausgesehen haben könnte, damit so gewisse Sichtungen plausibel erscheinen, denn die sind ja nicht alle hysterisch gewesen oder haben paranoide Wahnvorstellungen gehabt, sondern die werden schon irgendwas gesehen haben, was sie nur nicht richtig deuten können. Zumal ja auch die Begegnungen mit dem Hammersmith-Ghost sehr, sehr handfest sind. Das ist ja nicht nur eine Gestalt, die da irgendwo so ein bisschen in der Luft schwebt, die auch Nebelfetzen sein könnte, sondern da geht es ja richtig zur Sache. Aber da sind wir auch schon bei den Sichtungen. Die eine Sichtung, die wir beschreiben müssen, ist die, wo mehrere Männer, in manchen Quellen werden sie als Diener beschrieben, unterwegs sind abends und dann eine merkwürdige Gestalt sehen. Und da vermischen sich jetzt die beiden Erscheinungsbilder, die ich vorhin beschrieben habe, weil sie nämlich als teilweise sehr weiß und so geisterhaft beschrieben wird, aber auch mit Clovenlegs, also so quasi Hufe, ein bisschen wie der Teufel, also Teufelsbeine und mit Hörnern. Die Männer waren natürlich völlig in Panik und sind weggelaufen und einer von denen hat es nicht so ganz geschafft, wegzukommen, ist dann von dieser Erscheinung erwischt worden, also wirklich festgehalten worden. Die hat ihn dann um die Kehle gepackt und so zurückgezogen und auf den Boden geworfen und hat ihn gewirkt und ist dann verschwunden. Das heißt also, wir haben keinen Wahngeist vor uns, der irgendwo auf einer Schlossmauer rumhüpft und von schlechten Zeiten kündet, die da kommen werden, sondern das ist jemand, der einen Menschen angegriffen hat. In einigen Quellen soll das der Gehilfe eines Bierbrauers gewesen sein, namens Thomas Groom. Das ist immer unterschiedlich, aber das ist mal so ein Name. Also es geht so weit, dass in den Quellen sogar einzelne Personen und Namen und Berufe auch beschrieben werden. Wir setzen hier am Ende auch nochmal einen Link tatsächlich zum Transkript des Prozesses hinterher statt. Genau, vielleicht ganz kurz in dem Zusammenhang, weil wir da wirklich teilweise eben auch unterschiedliche Details in den Quellen haben. Also es gibt die Gerichtsakten, man kann die sich anschauen, nur die Quellen sprechen eben teilweise von unterschiedlichen Namen in bestimmten Situationen und von unterschiedlichen Berufen. Und insofern ist man da natürlich auch immer auf die Quellen angewiesen. Das sind teilweise so Geschichten oder Begebenheitssammlungen aus dem alten und dem neuen London und solche Dinge. Insofern muss man da immer vielleicht auch beachten, dass da Menschen drüber gesprochen haben, die das vielleicht aus der Erinnerung erzählt haben und aufgezeichnet haben. Und da vielleicht hier und da das eine oder andere Detail ein bisschen mit Vorsicht genießen. Naja und wenn man sozusagen alte Zeitungen aus der damaligen Zeit oder Flugblätter als Quellen hernimmt, dann muss man auch immer berücksichtigen, dass da auch, sagen wir mal, die journalistische Sorgfalt vielleicht noch eine etwas andere war als heute. Da ging es halt auch im Wesentlichen darum, Auflage zu machen. Und da wurden natürlich Details auch gerne mal ausgeschmückt, damit sich das Produkt besser verkaufte. Und natürlich schon auch die Bevölkerung zu informieren über Dinge, die passiert sind, aber eben auf einer, sagen wir mal so, recherchemäßig, journalistisch anderen Ebene, als wir das vielleicht heute machen würden. Ja, das war die Geschichte des Angriffes, wo jemand zu Boden geschleudert wurde. Es gibt dann noch eine interessante Geschichte, die oft zitiert wird und die sich um einen Kutscher dreht, der mit einer Kutsche unterwegs gewesen ist, mit acht Pferden, also ein Wagen, der von acht Pferden gezogen wurde und sehr, sehr viele Insassen hatte. Und dieser Mensch, dieser Kutscher hat dann also aus einem Feld eine Gestalt gesehen, die auf ihn zukam und hat dann in heilloser Panik einfach seine Kutsche verlassen. Das heißt, da saßen viele Leute drin, da waren die Pferde und er ist einfach in Panik abgehauen. Und man hat dann hinterher, auch das wird in manchen Quellen detailliert dargestellt, natürlich nochmal nachgeguckt. Also man ist dann zurückgekehrt zum Ort, wo die Kutsche verlassen wurde und hat dann nur noch festgestellt, dass da niemand war, den man da hätte verfolgen können. Also die Geistererscheinung oder wer auch immer da umging, war weg. Aber die Zügel waren durchgeschnitten und die Pferde krasten irgendwo in der Nähe. Also haben wir hier verschiedene Sichtungen. Es gibt dann noch die Sichtung, die beschrieben wird von manchmal einer Schwangeren mit ihrer Mutter oder Schwiegermutter gemeinsam, die dann auch vom Geist heimgesucht worden sein soll. Er sei ihnen so dicht gekommen und hätte sie auch berührt, dass die Schwangere in jedem Fall auch ohnmächtig geworden sein soll. Und dann später aufgefunden wurde, ohnmächtig. Auch da gibt es also eine Beschreibung. Also wir erleben hier schon. Ja und vor allen Dingen, sie wurde dann von netten Menschen nach Hause gebracht. Diese Frau, nachdem sie dann wieder ein bisschen bei sich war, dort ins Bett gepackt. Sehr fürsorglich. Aber es wird dann immer so beschrieben, als sei sie doch diesem Angriff dann nach einigen Tagen erlegen. Also sei quasi aus dem Bett nicht mehr aufgestanden. Also hätte dann dieser Geist oder was auch immer es gewesen ist, sogar einen Menschen auf dem Gewissen, wenn das so passiert wäre. Stimmt. In einigen Quellen wird dann berichtet, dass sie vor Angst im Nachgang verstorben sei. Stimmt. Das gibt es auch noch. Also es gibt Quellen, die das nicht erzählen und Quellen, die also nur von der Attacke berichten. Also irgendwie scheint es so zumindest zu sein, dass dieser Geist in der Zeit von November bis Dezember wirklich die Region massiv drangsaliert hat. Das lässt sich wohl festhalten. Und was wir hier zu dieser Zeit haben, 1803, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ist, dass wir noch nicht so eine hervorragend oder gut organisierte Polizei hatten. Erst recht vielleicht in so einer relativ ländlichen Gegend. Genau. Also was passiert? Etwas, was wir ja heute auch an der einen oder anderen Stelle leider wieder miterleben, dass sich so eine Art Bürgerwehr gründet. Es gab zwar natürlich die Nachtwache, den Nachtwächter der Stadt. Mein Gott, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das sind die, die kennen wir ja noch, die dann auch durch die Stadt gezogen sind, mit einer Laterne aufgepasst haben und dann auch mal die volle Stunde ausgerufen haben. Und am 29. Dezember hat dann tatsächlich die Nachtwache im Rolle oder in Person von William Girdler den Geist dann auch selber gesehen und ihn auch verfolgt, so beschreibt er es. Und während der Verfolgung hat er dann, hätte er sich aufgelöst, der Geist. Wobei Girdler dann hinterher sagt, naja, das sah fast so aus, als ob ein Mantel oder ein Tuch hochflog und dann sei er weg gewesen. Und es gibt dann auch wiederum einige Quellen, in denen beschrieben wird, dass Girdler sagt, naja, vielleicht war das auch ein Mantel, den einer sich dann in die Tasche gesteckt hat oder ein Tuch, das sich jemand in die Tasche gesteckt hat. Ein Schelm, wer böses dabei denkt, genau. Das war ein sehr, sehr wichtiges Ereignis, denn William Girdler wird auch sozusagen später eine wichtige Rolle spielen. Und wir kommen jetzt so langsam in den Bereich, wo aus der angeblichen Spukgeschichte ein, man kann fast sagen, ein True Crime Fall wird, der noch bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die Juristen in Großbritannien beschäftigt hat. Das ist jetzt eine großartige Ankündigung, mal gucken, ob wir der gerecht werden. Aber die Geschichte ist eigentlich so abgefahren, dass ich das schon glaube. Also du hattest ja schon beschrieben, dass sich da eine Art Bürgerwehr gründet und dass da Menschen wirklich der Meinung sind, sie müssten jetzt mit diesem Geist, der die Leute terrorisiert, mal aufräumen. Und wir kommen also zu einem Francis Smith, 29 Jahre alt, ein Zolloffizier, wird er hier in der Quelle beschrieben, der dann sagt, ich nehme mir jetzt eine Waffe und gehe jetzt mal auf Geisterjagd und mache diesem schrecklichen Treiben ein Ende. Und der hat dann den William Gerdler wiederum um Hilfe gefragt. Genau, also wir nähern uns jetzt oder sind in der Nacht des 3. Januar 1804, so um halb elf Uhr abends. Und da hat sich dann also Francis auf den Weg gemacht. Es gibt Quellen, die berichten davon, dass er eine Shotgun, eine Schrotplinte besessen haben soll. Vermutlich war es das nicht, sondern ein normales Gewehr mit einer Schließe, aber das war nur so am Rande. Und Smith hat dann zu Gerdler gesagt, begleite mich doch. Und Gerdler hat gesagt, kein Problem, ich komme zu dir. Und zwar, wenn ich die elf Uhr ausgerufen habe, dann treffen wir uns. Und sie haben sogar im Grunde genommen ein Passwort ausgemacht. Nämlich, wenn sich Gerdler Smith nähert und der fragen würde, who goes oder who comes, würde er sagen, ein Freund, friend. Das hatten die beiden ausgemacht und dann passiert aber etwas durchaus Tragisches, kann man sagen. Nämlich um gegen elf Uhr, also gerade nachdem diese Uhrzeit angekündigt wird, trifft Francis Smith auf eine weiße Gestalt. Ist natürlich hochgradig nervös, die er auch anruft und sagt, who goes there, wer bist du, wo willst du hin? Ja, nee, er sagt, also ich weiß ja nicht, also vielleicht ist das auch unterschiedlich in manchen Quellen, in der, die ich hier vor mir habe, sagt er, damn you, who are you and what are you? Damn you, I'll shoot you. Wobei er ja dann damit mit diesen Worten auch vom Skript abgewichen wäre. Selbst wenn es also Gerdler gewesen ist, das ist aus den Gerichtsakten auch entnommen. Also insofern gehen wir mal davon aus, dass das so auch dann gewesen ist. Und direkt, nachdem er das dann auch gesagt hat, drückt er ab und dann passiert das, ja unbegreiflich für ihn. Er hört, wie tatsächlich ein Körper zu Boden fällt und das klang dann sehr wenig gespenster oder geisterhaft, sondern klang sehr realistisch. Und als sie dann nachschauen oder er nachschaut, stellt er fest mit seinem, zu seinem großen Ersteigen, dass es ein, ja normaler junger Mann gewesen ist, den er da niedergestreckt hat. Er hat ihn, so wird es beschrieben, unten am Kiefer getroffen mit der Kugel, die dann quasi nach hinten raus, auch durchs Rückenmark gegangen sein wird, wie er eine Untersuchung dann ergeben hat. Und sieht also, dass er jetzt einen echten Menschen erschossen hat. Das Erstaunliche aber ist, dass dieser echte Mensch tatsächlich ganz in weiß gekleidet ist. Und wirklich in strahlend weiß, jetzt mal abgesehen von dem schrecklichen Blutfleck, der da beginnt sich auszubreiten. Und die Erklärung hierfür wird später sein, dass dieser Mensch, Thomas Millwood, ein Maurer war. Ja. Und der war einfach auf dem Weg von der Arbeit nach Hause in seiner Arbeitskleidung und die bestand tatsächlich aus einer weißen Leinenhose und einer Weste und ja einer weißen Jacke. Und es geht auch aus manchen Quellen hervor, dass gerade Thomas Millwood wohl sehr picky war, was seine Kleidung angeht, seine Arbeitskleidung und immer sehr darauf geachtet hat, dass die wirklich sauber war. Das heißt also, der muss wirklich im fahlen Licht oder was auch immer, im spärlichen Licht sehr, sehr geisterhaft ausgesehen haben, wenn da so eine weiß gekleidete Erscheinung durch die Straßen geht, in einer Zeit, wo, also es würde ja wahrscheinlich schon heute auffallen, wenn jemand wirklich einen komplett weißen Anzug trägt und dann nachts unterwegs ist. Aber damals muss das wahrscheinlich nochmal auffälliger gewesen sein, weil das einfach auch ungewöhnlich für die Mode der Zeit gewesen ist. Und was dann ja im Prozess auch herauskam, ist, dass seine Frau dann, also die Witwe, Mrs. Fullbrook, ihn ja auch schon darauf angesprochen hatte. Er hat gesagt, zieh doch bitte einen grauen Mantel drüber, nicht immer so in strahlend weiß. Die Leute haben doch hier alle Panik, wenn du nachts dann mit deinem weißen Anzug, und er hat immer das weggewischt und hat gesagt, nee, ich bin ja überhaupt nicht gefährlich, also insofern, ich bin nicht gefährlicher als der Geist. Ja, wobei das schon echt krass war, diese Begegnung, weil manche Leute ihn wirklich als Geist beschimpft haben. Und er hat dann gesagt, ja, ich bin aber kein Geist, also ich bin nicht mehr ein Geist als ihr auch, möchtet ihr eins auf die Nase haben, so nach dem Motto. Ja, also da hätte er vielleicht doch auf seine Frau hören sollen. Kommen wir nochmal zurück. Smith in seiner Panik läuft dann also los und will Hilfe holen und landet dann in einem Pub, dem Black Lion Pub, wo dann einige Leute auch mitkommen. Girdler stößt auch dazu, also am Ende sind es vier Männer, die dann die Leiche dieses Maurers nehmen und wieder zurück in das Black Lion Pub bringen, um nach dem Rechten zu sehen und sie stellen eben dann auch fest in diesem Pub, nachdem Licht da ist und man sich den Leichnam anschauen kann, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Herrn Millwood gehandelt hat, den erschossen hat. Der war natürlich bekannt. Das Dörfchen war dann am Ende dann doch auch klein. Also Thomas Millwood war dann das Opfer dieser Tat. Und was dann ganz interessant ist, Smith, der ja eben Offizier war, Zolloffizier, war dann also völlig geschockt und hat sich auch sofort den Behörden sozusagen gestellt und hat gesagt, um Gottes Willen, was habe ich hier getan? Und er ist dann auch mehr oder weniger eine Woche direkt danach vor Gericht gestellt worden. Am 11. Januar, das ist den Akten zu entnehmen, hat das Verfahren stattgefunden, das Geschichte geschrieben hat. Genau. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil im Grunde genommen der Richter als Anklage, also Lord Chief Baron Sir Archibald MacDonald gesagt hat, hier handelt es sich um, Mord. Also das war die Anklage. Vielleicht noch ganz kurz ergänzt, verhandelt übrigens am Old Bailey, also am zentralen Strafgerichtshof. Okay, ja, wichtiger Hinweis. Und der Prozess schritt dann fort und natürlich muss man jetzt hier wissen, dass natürlich auf Mord die Todesstrafe stand. Der Mr. Groom, den wir vorhin schon einmal beschrieben haben, der ja dann gewirkt wurde von dem Geist, ist interessanterweise anhand der Gerichtsakten als Entlastungszeuge sogar gehört worden, weil man also gesagt hat, naja, es gab ja irgendwelche Übergriffe und man hat also versucht hier zu entlasten und dann geschah etwas ganz Interessantes, denn in dem Prozess, die Jury, die es natürlich damals bei diesen Prozessen in Großbritannien gab, hat dann entschieden, dass sie am liebsten ja, sozusagen Totschlag als Urteil treffen wollten und daraufhin hat der Richter sich aber nicht eingelassen. Nee, also die kamen zurück und haben quasi gesagt, ja, wir haben den Angeklagten schuldig, für schuldig befunden, aber des Totschlags und nicht des Mordes und hat der Richter gesagt, nee, so geht es nicht, ihr seid nur dazu da, festzustellen, schuldig oder nicht schuldig, für die Anklage bin ich zuständig. So und damit verabschiedete sich die Jury nochmal. Er hat dann wohl, dass es nicht ganz eindeutig wird, aber immer mal wieder beschrieben, ich habe es in den Gerichtsakten jetzt so schnell nicht gelesen, wohl nochmal den Hinweis gegeben, dass für eine Begnadigung oder für eine Anpassung des Urteils der König ja zuständig sei und insofern war es dann jetzt so, dass in diesem Fall die Jury zurückkam und tatsächlich Herrn Smith des Mordes schuldig verurteilt hatte und ihn damit ja zur Hinrichtung verurteilt hat. Ganz, ganz spannend und das ist natürlich da auch hin und her gewogen worden, aber so war es nun mal. Interessanterweise ist es dann so gewesen, dass relativ schnell der König das Urteil abgewandelt hat, in ein Jahr Zuchthaus bei Strafarbeit und am Ende ist dann tatsächlich Herr Smith nach bereits sechs Monaten entlassen worden und begnadigt worden. Insofern ist es sehr, sehr interessant, dass hier jemand tatsächlich wegen dem Mord an einem Geist, denn das war ja das, was Smith zunächst mal getan hatte für sich und dann stellt er natürlich seinen schrecklichen Fehler fest, zum Tode verurteilt worden ist und man natürlich insgesamt in dem damaligen Rechtssystem ihm im Grunde genommen gar nicht entgegenkommen konnte. Es hat ja jetzt Schwein, dass der König in dem Fall ein mildes Urteil gefällt hat oder sozusagen die Begnadigung dann vollzogen hat, aber im Grunde genommen wäre er für diese Tat nach der Anklage des Lord Chief Baron zum Tode verurteilt worden. Das Interessante ist, obwohl es jetzt wirklich nur Spekulation meinerseits ist, ist, dass es doch vielleicht durchaus sein kann, dass da auch die Tätlichkeit dieses Geistes eine Rolle gespielt hat. Wäre es ein Geist gewesen, der vielleicht nur irgendwo erschienen wäre auf dem Friedhof an einem Grabstein und da etwas geschwebt wäre, dann hätte sich eventuell, denke ich, keine Bürgerwehr in dem Sinne gebildet, die dann auf Geisterjagd gegangen wäre mit handfesten Methoden und Waffen, sondern dann hätte man vielleicht gesagt, oje, jetzt müssen wir aber besonders viel beten oder wir müssen mal mit dem örtlichen Priester sprechen oder wie auch immer. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Fall und später, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine im Jahr 1984 hat man dann im Strafrecht die Möglichkeit aufgenommen, dass wenn jemand wirklich in dem ehrlichen Glauben handelt, dass sich jemand oder er selber in Gefahr befindet, das dann auch zur Verteidigung dienen kann in einem Prozess, wo jemand eben Gewalt angewendet hat. Und Hintergrund war zum Beispiel ein Fall, wo jemand beobachtet hat, wie ein Mann einen anderen über die Straße geschleppt hat, quasi im Schwitzkasten und der um Hilfe gerufen hat. Und dieser Passant, der das gesehen hat, hat dann diesen Mann, der den anderen geschleppt hat, quasi verletzt und angegriffen. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass derjenige, der da verschleppt wurde, ein Dieb war, der festgehalten wurde. Und insofern ist das natürlich auch, ist der Tathergang dann anders gewesen, als er sich dem Passanten dargestellt hat. Aber der hat eben im ehrlichen Glauben gehandelt, dass da jemand in Gefahr gewesen ist. Das ist in den 80er Jahren gewesen, das ist vor Gericht dann 1983, 1984 gelandet, also 180 Jahre später im Grunde genommen ist dieser Fall verhandelt worden. Und auch da hat es dann lange, lange Zeit eine Diskussion darüber gegeben, was jetzt der Fall gewesen ist. Also darf man Gewalt anwenden, um eine andere Straftat abzuwenden oder nicht? Das war ja im Grunde genommen die Frage, die sich die Juristen angenommen haben. Und hier ist es dann interessanterweise dann 1984 so entschieden worden, ja, das darf man, man darf das auch gewichten. Das ist ein anderer Sachverhalt. Interessanterweise ist das dann aufgenommen worden 1988 ins Gesicht. Und es ist nämlich angenommen worden vom Privy Council in Beckford, das zur Königin gehört im Jahr 1988 und ist dann im Jahr 2008 letztendlich in das Criminal Justice and Immigration Act oder in den Criminal Justice and Immigration Act in der Sektion 76 festgeschrieben worden. Also bis in das Jahr 2008 hat im Grunde genommen die juristische Bearbeitung der Wahl von Gewalt, wenn, sagen wir mal, Gefahr in Verzug ist oder vermeintlich Gefahr in Verzug ist oder aber um eine Straftat zu verhindern, das britische Gericht beschäftigt. Und wir haben jetzt gar nicht mit einem deutschen Juristen gesprochen, das wäre ja sicherlich Strafrecht, was man hier berücksichtigen müsste. Vielleicht haben wir eine Strafrechtler unter unseren HörerInnen, die das vielleicht nochmal einordnen könnten, würde mich interessieren. Ist aber sicherlich natürlich eine Geschichte wie bei vielen juristischen Fragestellungen, wo man aus dem Bauch heraus als Laie sehr schnell entscheiden wollen würde, aber natürlich die juristische Betrachtung dieser Dinge sehr vielfältig sein kann. Sondern es geht ja auch bei Gesetzen eher darum, dass sie einen Rahmen schaffen und nicht Dinge komplett festschreiben. Und hier haben wir also im Grunde genommen eine Geistergeschichte, die am Ende zu einer mehr als 100, am Ende mit dem Festschreiben fast 200-jährigen juristischen Befassung geführt hat, wenn man es mal erweitert. Und wir können vielleicht nachher nochmal was sagen zu Hermes Smith-Ghost, weil es gibt ja offensichtlich sogar noch eine Person, die dahinter stecken würde. Eben, dazu müssen wir eigentlich kommen, denn viele werden sich vielleicht fragen, ja, aber wie ist denn die Geistergeschichte weitergegangen? Hat der Geistern weiter sein Unwesen getrieben? Und es war tatsächlich so, dass ziemlich genau zu der Zeit jemand sich gemeldet hat und zugegeben hat, dass er manchen Leuten da wirklich einen Streich gespielt hat. Und zwar der Schuhmacher John Graham, der aus Hermes Smith auch kam. Und der wollte eigentlich nur seine Auszubildenden erschrecken und war dabei so erfolgreich und es hat ihm offenbar so viel Spaß gemacht, dass er dann ja ein bisschen herumgespukt ist und dann zumindest für einige der Sichtungen sicherlich verantwortlich ist. Und es hat dann auch einige Jahre Ruhe gegeben. Also das heißt, dieser Geist von Hermes Smith ist nach dieser ganzen schrecklichen Episode ein wenig in den Hintergrund getreten. Aber 1824 gab es dann wieder geisterhafte Sichtungen. Nur dieses Mal konnte der Geist dann Feuer speien und wenn wir dann in die 30er Jahre kommen, kam dann auch noch Klauen dazu. Das heißt, also der hat sich dann auch nochmal so ein bisschen ins Dämonische noch mehr verändert. Und dann so gegen Ende der 1830er befinden wir uns schon in der Zeit, wo dann eben Spring Hill Jack anfängt, sein Unwesen zu treiben. Und das ist eine Geschichte, die wir schon an anderer Stelle erzählt haben. Genau, also insofern ist der Hermes Smith Geist natürlich eine schöne Geistergeschichte, insbesondere ja auch, weil es die körperliche Auseinandersetzung mit dem Geist gegeben hat, zumindest von Augenzeugen. Dann wissen wir, dass es aber unter Umständen ein Schuster gewesen ist, der dort Streiche gespielt hat und dann das tragische Ende. Und wir werden euch eine ganze Menge Quellen mal verlinken, wo ihr dann, also zugegebenerweise sind die natürlich alle in Englisch oder viele in Englisch, aber immer mal wieder so einen anderen Take bekommt. Und da sieht man dann auch, wie so eine Geschichte in der Erzähltradition angepasst wird. Also der Nachtwächter Girdle ist dann plötzlich auf einer Internetseite auch ein Kutscher. Und das ist aber nur auf dieser einen Internetseite, die die Geschichte beschreibt und allen anderen ist er der Nachtwächter, der mit der Kutsche nichts zu tun hat. Und der Kutscher wird auf andere... Der Kutscher ist ein unbekannter Kutscher. Genau, wird nicht beim Namen genannt. Und da sieht man also auch, wie so eine Geschichte sich in der Tradition verändert. Und natürlich dichtet da dann jeder auch wieder ein bisschen was hinzu. Interessant eben, wen das interessiert, die Originalgerichtsakten sich nochmal durchzuschauen, aus dem viele der Zitate ja stammen. Aus dem dann auch der Wikipedia-Beitrag, zumindest der englische, in weiten Teilen zusammengesetzt ist. Und ja, also neben der reinen Geistergeschichte ein juristisches Stück, was über 200 Jahre Juristen beschäftigt hat. Vielleicht doch nochmal kurz zum Thema Geister. Wir befinden uns ja zeitlich eigentlich vor dem großen Geisterhype der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also wenn wir an den aufkommenden Spiritismus denken und die Fox-Schwestern und so weiter, das ist dann schon noch ein paar Jahrzehnte später. Aber im Grunde genommen haben wir natürlich auch hier schon eine Bevölkerung, die mit dem Geisterglauben aufwächst, weil sich der natürlich wirklich durch unsere Geschichte hindurchzieht. Und auch die Vorstellung von Geistern in weißen, ja, toten Hemden oder toten Tüchern oder Leichentüchern ist natürlich weit verbreitet. Vielleicht eine ganz kurze Randnotiz zu Geistern in Literatur und Theater. Es gab Geisterdarstellungen auch schon in der Renaissance und dann eben auch später in den Theatern. Und da traten sie meistens auf, als zum Beispiel, wenn er ein Soldat gewesen ist, dann als Mensch in Rüstung und war natürlich dann nicht besonders ätherisch und geisterhaft, sondern hat dann irgendwie da rumgekloppt auf der Bühne und ist dann irgendwie lautstark über die Bühne gestampft. Und das hat teilweise sogar beim Publikum wirklich Lachflash ausgelöst, weil der Geist halt gar nicht geisterhaft gewesen ist, sondern mehr so ein Wesen, was dann in der Rüstung eben über die Bühne klabastert. Und da musste man dann natürlich irgendwann in der Darstellung so ein bisschen dazu übergehen, Geiste ein bisschen geisterhafter zu machen und dann auch das Motiv entsprechend zu ändern und die Darstellung zu ändern. Sondern der Hammersmith-Geist hat hier viele Anleihen, die man normalerweise eher bei Wiedergängern finden würde. Auch ein sehr, sehr weit verbreiteter Volksglaube zu der Zeit auch. Insbesondere, wenn man nochmal ganz an den Anfang der Episode zurückdenkt, an die Geschichte des Menschen, der Selbstmord begangen hat und dann in der heiligen Erde nicht ruhen kann. Also da haben wir ja tatsächlich sowas ja fast zombierhaftes. Also da sind wir ja bei den Wiedergängern, das nur nochmal in Erinnerung. Und auch die Tatsache, dass da Menschen gewürgt werden, also einmal dieser Diener oder Arbeiter oder wie auch immer, der da angegriffen und gewürgt wird. Die Frau, die der Geist umarmt und an sich presst, das sind eigentlich eher Dinge, die du bei Wiedergängern hast und bei der Vorstellung vor allen Dingen dann hinterher, dass diese Frau dann im Bett gelegen hat und quasi nach diesem Geisterangriff dahin siechte. Also das ist normalerweise eher ein Kontext, den du im Bereich Wiedergänger findest und weniger bei den klassischen Geistern, so wie der weißen Frau und ähnlichen Erscheinungen. Was dazu führt, dass wir auch einen Artikel, den wir bei euch verlinkt werden, der trägt den Titel Mars Hysteria and Murder, The Tale of the Hammersmith Ghost. Und da haben wir schon diesen Begriff der Massenhysterie, dass da plötzlich so ein ganz kleines Dörfchen, eine ganz kleine Stadt plötzlich hysterisch wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sozusagen die Abwendung der Rationalität auch etwas zutiefst Menschliches ist. Und gerade, also in der damaligen Zeit jetzt hier war es der Hammersmith Ghost, wenn wir hier den Bogen nochmal in die Moderne schlagen, die irrationalen Vorbehalte, jetzt zum Beispiel gegen die Covid-19-Impfungen. Da würde jetzt ja keiner sagen, das ist eine Massenhysterie, sondern das ist etwas zutiefst Menschliches, wo sich Menschen mit ihren Ängsten und Vorstellungen ja fast untereinander infizieren und sich das weiter tradiert. Und hier leben wir jetzt eben in einer Zeit, in der der Glaube an Gut und Böse, das Dämonenhafte, alles noch viel, viel dichter dran ist an den Menschen. Und insofern mag ich diesen Begriff der Massenhysterie hier nicht. Das klingt so, als ob so der ganze Stadtteil wahnsinnig geworden ist, sondern es war eher so die Lebensrealität der Menschen, mal natürlich eine komplett andere. Und vielleicht gerichtet an diejenigen, die glauben, aber heutzutage kann doch sowas nicht mehr passieren, den möchte ich nochmal, oder die möchte ich nochmal erinnern an die Geschichte mit den Horrorclowns, die vor ein paar Jahren wirklich durch die Gegend geisterte oder die durch die Gegend geisterten und die Leute echt in Angst und Schrecken versetzt haben. Das ist im Prinzip ein ähnliches Vorgehen wie damals beim Hammersmith Ghost. Und auch da dann ja natürlich dann irgendwelche Menschen, die dann diese Geschichten genutzt haben und sich dann zusätzlich auch noch verkleidet haben und gesagt haben, jetzt mache ich es extra nochmal. Wie ich von dir gelernt habe, Österreich würde man sagen zu fleißig. Also das passt natürlich hier auch rein und wenn dann eben noch der Schuhmacher hier den Geist spielt, dann befeuert das natürlich die Fantasie der Leute in dunklen Winternächten des Jahres 1803 und dann das tragische Ende haben wir beschrieben. Also eine Geistergeschichte mit ganz vielen Facetten und hat viel Spaß gemacht uns dieses Thema aufzubereiten, weil es so ganz viele Elemente hat und wie gesagt, wenn ihr euch mit Strafrecht gut auskennt, gerne kommentiert doch mal, wie so ein Sachverhalt heute eventuell in Deutschland vor Gericht verhandelt werden würde, würde uns mal interessieren. So, und jetzt müssen wir den Fisch mit den Zähnen. Den Fisch, den es nicht gibt oder doch? Mal aufklären. Ja, gibt es den Demon-Fisch, den Dämonen-Fisch mit den menschlichen Zähnen wirklich oder habe ich mir das nur ausgedacht oder beziehungsweise einfach bei TikTok geklaut und das gibt es gar nicht wirklich? Nein, es gibt ihn und die deutsche Bezeichnung lautet, es ist dann nicht mehr so teuflisch, Sträflingsmeerbrasse. Das ist ein Fisch, der so ein bisschen so einen runden Körper hat, Dunkelsilber und etwas heller Silber gestreift ist und auch sein Maul sieht eigentlich gar nicht so besonders aus, bis er es aufmacht, weil die Zähne nämlich wirklich ausschauen wie bei einem Menschen. Zumindest, wenn man so von vorne direkt drauf guckt, wenn der Fisch seinen Maul weiter aufmacht, dann ist es nicht mehr so ganz verwunderlich, weil dieser Fisch mehrere Reihen von diesen Malzähnen hat, von diesen flachen Zähnen. Und das haben die, damit sie eben Muscheln und Austern und sowas malen und aufmachen können und fressen können. Und man findet die zum Beispiel halt in Florida und das sind eigentlich Tiere, die, wenn man sie nicht gerade aufstört und super doll nervt, auch nicht gefährlich sind. Und natürlich kann es immer sein, dass man von so einem Viech mal gebissen wird, aber ganz so dramatisch, wie das in diesen TikTok-Videos dargestellt wird. Also ich weiß ja nicht, was das für ein Fisch ist, aber hier gehe ich nicht mehr schwimmen. So schlimm ist es dann halt doch nicht. Also wenn man die nicht super doll stört, dann machen die halt auch nichts und werden aber auch, glaube ich, gerne mal gefangen und ich glaube, man kann die sogar essen. Sie sehen sehr verrückt aus. Wir werden euch natürlich unter die Folge wieder ein paar Links packen, damit ihr euch diesen Fisch dann auch anschauen könnt. Und damit sind wir am Ende der 280. Episode von Hoaxilla und vielleicht nochmal an der Stelle ein Dank, auch so zum Ende eines Monats, an all diejenigen, die uns unterstützen auf den verschiedenen Plattformen. Vor allen Dingen auch diejenigen, die dann sich doch mal durchgerungen haben und so einen kleinen Dauerauftrag zum Teil ja wirklich von einem Euro eingerichtet haben auf unser Geschäftskonto. Das hilft sehr, 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 sehr viel. Also Alex und ich sind inzwischen in der Lage, tatsächlich auch mal Hardware, eine kaputte Maus und andere Dinge sofort ersetzen zu können, damit wir hier weiter produzieren können. Und was man auch sagen muss, es ist viel, viel leichter geworden, dass Alexa viele der Recherchen hier, so wie jetzt für den Hammersmith Goes, durchführen kann. Weil wir natürlich immer auch nach Querfinanzierung schauen müssen bei Hoaxilla, aber das macht die Sache ein ganzes Stück weit einfacher. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und da macht jeder Euro was und insbesondere der Euro auf dem Geschäftskonto, der eben keine X-Prozent-Abzüge durch irgendwelche Plattformen hat. Das ist ganz großartig und dass ihr, die ihr uns unterstützt, nicht noch mehr erwartet. Also wir haben ja kürzlich nochmal so eine Umfrage gemacht und ich habe da jetzt nochmal reingeschaut. Und dass ihr im Grunde genommen einfach mit dem, was wir schaffen zu produzieren, zufrieden seid und das unterstützt und das stabilisieren wollt, ist super. Und dass ihr euch nicht Bonus-Content kaufen wollt oder solche Geschichten, das ist einfach eine ganz besondere Geschichte. Und die große Summe, die jetzt bei der Spendensendung für die Hochwasseropfer hinzukommt, zeigt auch, was wir für eine Community haben. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Ja, vielen, vielen Dank an euch da draußen für die tolle Unterstützung. Also ihr tragt uns und das, was wir so tun, wirklich enorm mit und sorgt auch wirklich dafür, dass wir mit Freude bei der Sache sind und bleiben. Vielen, vielen Dank. Genau. Falls ihr mal wieder Interesse daran habt, so einen Fragen-Antwort-Abend zu machen mit uns, dann schreibt uns das mal, wenn da Interesse ist. Oder aber, wenn ihr sagt, das können wir ja schon mal ankündigen, wir haben Fragen oder mir brennt eine Frage ewig schon auf den Nägeln. Also von, wie kommt ihr zu den Themen bis hin zu, mit welchen Headsets nehmt ihr auf? Das haben wir zwar schon alles mal beantwortet, aber schickt uns solche Fragen ruhig. Und dann können wir uns entweder überlegen, mal einen Livestream zu machen, wo wir eure Fragen beantworten. Oder, wie wir das ja schon mal gemacht haben, dass wir ganz viele Fragen sammeln und dann mal so eine eigene Sendung machen. So eine Bonus-Folge in Anführungsstrichen, wo wir dann eure Fragen beantworten. Das könnt ihr uns ja per Kommentar oder auch per E-Mail gerne mitteilen, damit wir da ein Stück weit im Austausch stehen. Das mal so als Angebot an euch da draußen. Und ansonsten wird es noch mal eine Folge geben im Juli. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass dieser Crossover und jetzt diese Folge, das sind zwei Folgen. Und für alle, die bei Patreon uns folgenweise unterstützen, ich sag das nochmal, ist euch aufgefallen, dass wir die Pummeleinhorn-Folge euch nicht in Rechnung gestellt haben, weil das ja auch ein Crossover war. Das heißt, das ist sozusagen eine Bonus-Folge, die wir euch dazukommen lassen. Und natürlich die ganzen Ferngespräche dieses Monats werden jetzt auch in den nächsten Tagen im Podcast-Feed landen. Ja, das nochmal so zur Hausmeisterei und der letzte Satz nochmal, weil auch das in letzter Zeit wieder häufiger wird, die Anfrage, ob wir nicht mal zu Gast sein können bei euch im Podcast oder so. Und wenn ihr jetzt doch gerade beim Pummeleinhorn wart, Mensch, das wird doch super, wenn wir mal was gemeinsam machen. Tendenziell ist das alles immer gut möglich. Tatsächlich sind die Vorlaufzeiten einfach inzwischen sehr, sehr lang. Das sind drei, vier Monate manchmal bis zum Termin, dann klappt das. Seid da bitte nicht traurig. Und parallel dazu arbeiten, wir haben ganz viele Projekte im Hintergrund, die noch nicht sichtbar sind. Wenn wir mal die ein oder andere Anfrage ablehnen müssen, nehmt es bitte nicht persönlich. Aber das ist einfach so der Realität geschuldet, weil auch wir müssen einmal am Tag was essen, irgendwie warm und irgendwie ein paar Stunden schlafen. Das wird eh schon knapp. Das war am Ende. Nochmal das Gejammer ein bisschen, aber auch zur Einordnung. Und wir freuen uns auf euer Feedback zum Hammer for Miss Ghost. Two down, one to go. Genau, eine kommt noch diesen Monat. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das wird auch ein schönes Thema. Das spoilern wir natürlich noch nicht. Und euch da draußen alles Gute. Lasst euch impfen, wenn ihr die Optionen habt. Die Impfzentren sind im Moment leer. Noch gibt es sie. Bei vielen kann man einfach hingehen inzwischen. Genau, nutzt das. Wir sind ja nun auch beide geimpft. Wir haben das beide gut überstanden und fühlen uns ein bisschen sicherer. Genau. Das ist nochmal so der letzte Aufruf. Prüft bei euch vor Ort, ob ihr euch vielleicht einfach verlassen könnt. Bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoogseller-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.